Hallo und herzlich willkommen. Die Eurobike geht in zwei Tagen los. Vorher traditionell präsentiert Bosch seine Neuheiten für die aktuelle Saison. Ein paar davon haben wir hier liegen. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was wir gerade in der Pressekonferenz gehört haben. Aber auch da wird es schon genügend Stoff geben, den ich jetzt mit Peter besprechen werde. Peter, erstmal vielen Dank irgendwie, dass du uns hier wieder zur Seite stehst. Sehr gerne. Und mit deinem Detailwissen irgendwie sicherlich glänzen kannst. Du bist bestens informiert über die Sachen, die jetzt hier rumliegen. Ja, es gab gerade wahnsinnig viel zu sehen. Wir gehen gleich im Detail nochmal drauf ein. Hast du persönlich vielleicht eine Lieblings-Neuheit für die Saison? Irgendwas, was dir persönlich am besten gefällt? Also ich finde diesen, wir nennen es ja Range Extender, das heißt Power More, 250 Wattstunden. Das finde ich super genial, weil ich es nur dann ans Rad stecke, wenn ich es wirklich brauche, wenn ich eine große Runde drehe und an allen anderen Tagen stecke ich statt dem einfach den Flaschenhalter dran und kann dann auch mein Getränk mitnehmen. Oder beides. Das ist eines im Rucksack und dann wechsle ich die Flasche gegen das aus. Ja. Finde ich fantastisch. Okay. Steckt der in der Flasche drin? Nee, ne? Der hat eigene Aufnahmen. Das haben wir heute leider nicht dabei. Wir haben hier einen speziellen Halter, der für beide Teile identisch ist. Das heißt, ich stecke einmal das rein, drücke hier eine Taste, eine Entregelungstaste und stecke dann wahlweise das rein. In dieselbe Halterung wird dann einfach mit der Ladebuchse verkabelt. Im Rahmen und ist dann im Prinzip wie eine Dual-Batterie. Ich habe dann zwei Batterien und kann die gesamte Wattstunden benutzen. Ich kann aber auch nur mit einer Batterie fahren. Und jetzt meine ich das absolut ernst. So rum könnte man, wäre es ja logisch, ich fahre nur damit. Ja. Aber ich könnte tatsächlich auch das hier weglassen und nur damit fahren. Dann habe ich dann noch leichteres Rad. Weil das wiegt gerade mal 1, jetzt sind hier keine Zellen drin, aber das wiegt dann später 1,6 Kilo. Und eine Batterie mit 1,6 Kilo, das ist dann die leichteste Batterie. Wow. Okay. Also wenn ich weiß, irgendwie, ich mache tatsächlich wirklich nur eine kürzere Tour, nehme ich den raus, lasse ich zu Hause? Dinge. Wenn ich hier mitfahre und das zu Hause lasse, habe ich nur 80 Prozent der Maximalleistung, die ich hier mit hätte, weil das sind weniger Zellen, die können wir nicht mit so viel Ampere belasten in dem Moment. Aber wenn ich im Tour-Modus fahre, merke ich davon gar nichts. Ist nur im Turbo-Modus wäre das alles ergebend. Ja. Aber das ist, muss ich überlegen. Also ich würde, wenn ich das im Rucksack hätte und würde hier mit der Tour fahren und hätte hier meine Trinkflasche und irgendwann ist der hier leer und die Trinkflasche ist auch leer, weil ich am Ende bin, dann mache ich den rein für die Heimfahrt. So würde ich es wahrscheinlich machen. Nein. Okay. Damit hast du das Thema jetzt gesetzt. Ich habe kurz überlegt, okay, wenn du mit dem Range Extender einsteigst, reden wir jetzt erst über Akkus. Aber ihr habt echt viele Akkus. Deswegen lass uns mal irgendwie da einsteigen, wozu der auch dazugehört. Nämlich ihr habt ein ganz leichtes Komplettpaket presentiert eigentlich. Das baut sich rund um dieses kleine Schmuckstück hier. Um die neue Drive-Unit. Um den neuen Motor, den ihr im Programm habt. Genau. Wollen wir über die Drive-Unit zuerst reden? Ja. Weil das ist, denke ich, das, wo es auch vorher viele Gerüchte gab und auch viele sich jetzt für interessieren. Wir haben eine ganz, ganz neue Drive-Unit jetzt gebracht, die Performance Line SX. Und das ist wirklich eine Neuentwicklung. Da ist kein Zahnrad auch bei dem anderen geblieben. Wir haben hier wirklich eine Drive-Unit für einen ganz speziellen Anwendungszweck neu entwickelt, um ihr eine Charakteristik zu geben, wie sie eben für diese Art von E-Bike auch gewünscht wird. Na, was sofort auf jeden Fall auffällt, wenn wir die auch hier auf dem Tisch liegen sehen. Okay, wir haben jetzt keinen Vergleichsmotor hier. Aber wenn wir das zum Beispiel mal gegen das kleine Ladegerät hier halten, fällt schon auf, im Vergleich zum Ladegerät ist selbst der Motor winzig. Also das heißt, ihr habt hier wirklich eine sehr kompakte Lösung irgendwie realisiert, ne? Ja. Und was man halt am meisten merkt, ist das Gewicht. Wir haben hier nur noch ein Gewicht von zwei Kilo und können somit den Herstellern es ermöglichen, leichte E-Bikes zu bauen. Klar, die Drive-Unit ist noch nicht alles. Es gehört noch ein Akku dazu, aber da kommen wir ja später zu. Ja. Und haben dann für leichte Mountainbikes, Gravel, Road, Urbanbikes. Aber ich sage auch mal, kommt Marktrede, die man so am Wohnmobil mitnimmt. Da macht es ja auch Sinn. Also wie der Hersteller das dann einsetzt, das ist ihm überlassen, ist ein niedriges Gewicht und dann noch die inneren Werte. Das heißt, so klein von den Abmaßen her, aber auch andere Sachen fallen dann natürlich naturgemein ein bisschen niedriger aus, wenn wir über die Motorleistung zum Beispiel reden. Okay, die Basis ist erstmal ganz klar und 250 Watt irgendwie so die Dauernennleistung. Genau. Wo kann der hingehen in der Spitze? Wir können bis 600 Watt geliefern und wir werden auch noch die Leistungsdaten unserer übrigen Drive-Units kommunizieren im Laufe der nächsten Zeit. Und dann wird man sehen, dass wir von der Spitzenleistung hier im Prinzip fast Kopf an Kopf mit der CX sind. Okay. Aber jetzt könnte man denken, ja wieso, dann ist das ja, wozu brauche ich dann noch die CX? Ne, wir haben hier ein niedrigeres Drehmoment. Okay. Und Drehmoment ist eine Sache, Leistung kann man auch durch eine Drehzahl erzeugen. Das ist hier genau der Trick. Drehmoment 55 Newtonmeter, aber Spitzenleistung 600 Watt. Wenn ich bereit bin, eine normale Trittfrequenz zu fahren, die ein sportlicher Fahrer eben auch fahren will. Ja, also wenn ich, wenn ich hier mit jetzt mit 40 und Klee und ganz langsam im Turbomodus fahre, dann hätte ich, dann würde ich besser zu einer CX vielleicht greifen, weil die dann das Drehmoment auch ausspielen kann. Aber wenn ich Freude am Radfahren habe, auch gerne mal ein bisschen höher pedaliere und auch früher viel Rad gefahren bin, dann werde ich das lieben. Weil das unterstützt genau diese Fahrweise, die vom normalen Fahrrad herkommt. Also alle, die schon mal einen Spinning-Kurs mitgemacht haben, die sind dann eher so auf der Schiene unterwegs, oder? Ja, das klingt mir ein bisschen zu extrem. Ich glaube schon mit 70, 80, also eine normale Trittfrequenz, die auch fürs Knie besser ist, wenn ich mal ehrlich bin. Also wenn ihr eine normale Trittfrequenz fahrt, dann kommt da die Leistung auch schon. Es ist halt nur nichts für die ganz gemütlichen Leute, die wirklich ganz langsam entwickeln wollen. Okay, es gibt ja immer so Prozentzahlen, dieser Motor unterstützt dich mit so und so viel Prozent. Weißt du es irgendwie bisher? Wir sind hier im Turbomodus dann auch bei 340 Prozent. Wie gesagt, bei einer Spitzenleistung von 600, aber eben von der Charakteristik so, dass es mich doch auch animiert und unterstützt, eher mal ein bisschen sportlicher zu fahren. Das haben wir noch durch ein paar andere Tricks gemacht, die ich dir auch noch gerne nahlege. Ja, aber das heißt, wir sind hier schon so bei so einer Fahrweise, die entweder, wenn es halt das Gelände erfordert, auch dann mal wirklich höhere Frequenz, kleiner Gang. Irgendwie, wenn ich spritzig bin, ist der Motor dann aber auch... Ganz genau. Er macht im Prinzip genau das, wie der Mensch auch. Wir wissen, bei einer Tour de France im Schlusssprint, da fahren die maximale Trittfrequenz, weil das die maximale Leistung vom Körper ist. Und genau so verhält er sich auch. Der kommt dann auch nochmal und auch bei ganz hohen Trittfrequenzen kommt hier auch nochmal ein Schuh. Was aber auch daran liegt, dass ihr softwaretechnisch da auch euch nochmal was hat Besonderes einfallen lassen. Ja, es gibt neben den vielen Fahrmodi, die ihr schon kennt, die ihr da aufspielen könnt, gibt es was ganz Neues. Und das ist wirklich revolutionär neu, weil wir haben bisher alle Fahrmodi immer so gemacht, dass die aufs Drehmoment schauen. Ich kann hier die Kraft messen des Fahrers, das ist ja wie eine Kraftmesskurve, wie das Tretlager. Und abhängig von der Kraft, die ich auf die Pedale bringe, kommt die Unterstützung prozentual hinzu. Und bei dem neuen Modus mit dem Namen Sprint Mode schauen wir nicht auf die Kraft. Und da schauen wir rein auf die Trittfrequenz. Das heißt, der Fahrer benutzt nur seine Trittfrequenz, um die Leistung des Motors abzurufen. Je höher die Trittfrequenz, umso mehr Leistung. Das ist aber nur der Sprint Mode, den kann ich per Knopfdruck eben aufrufen. Und wenn er mir nicht gefällt, kann ich auch in den anderen Modi, die man schon kennt, natürlich wie gewohnt auch fahren. Okay, also müssen wir uns ein neues Vokabular im Bosch-Vokabular merken? Ja. Sprint Mode. Okay. Den gibt es exklusiv nur für die SX. Ah. Ist er auch okay für den Moment? Momentaufnahme? Oder ist das schon so auf lange Frist gesetzt, dass der Sprint Modus tatsächlich auch nicht an einer anderen Einheit? Es kommen noch viele Fahrmodi. Also wir haben da sehr viele Ideen, was Sinn macht bei verschiedenen Radtypen. Also da sind wir noch nicht am Ende. Okay. Wohin die Reise da geht, da darf ich auch nicht so viel verraten. Okay, dann lassen wir uns überraschen. Wir brauchen ja auch noch Themen für weitere Jahre. Genau. Was ich noch erwähnen möchte ist, so eine Drive Unit muss ja gedichtet sein, dass man bei Regenschlamm und jedem Wetter fahren kann. Und jede Dichtung hat natürlich eine Reibung. Und wir haben hier nochmal gerade die Reibung der Dichtungen und auch der Lage optimiert, ohne dass wir dabei an Dichtigkeit verlieren, durch andere Materialien. Sodass diese Drive Unit sich, wenn ich ohne Unterstützung fahre, besonders leicht tritt. Und das begünstigt dann auch nochmal dieses natürliche Radfahren. Und es animiert mich dann auch nochmal sportlich zu fahren, auch mal die Unterstützung gleich sogar auszuschalten. Und zu guter Letzt, wir haben auch nochmal am Sound gearbeitet. Also ich würde sagen, der kommt auf den Rahmen an, wo ich ihn einbaue. Aber ich würde ihn als nahezu lautlos bezeichnen. Je nach Einbausituation. Okay. Aber was wir auch hier nochmal sehen ist, der Q-Faktor ist auch ziemlich schmal. Wenn ich das so sehe, ich glaube 160 Millimeter, wenn ich richtig informiert bin. Die Zahl habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ich glaube, mich zu erinnern, mich zu erinnern aus der Präsentation gerade 160 Millimeter. Und was wir hier sehen, das ist die Halterung im Rahmen. Das sind spezielle Gummi-Metalllager, so wie auch beim Automotor im Prinzip, wie der Automotor aufgehängt ist. Und die sorgen dafür, dass keine Vibrationen und Frequenzen in den Rahmen übertragen werden. Damit auch nochmal das Geräuschlevel ganz niedrig zu halten. Sie haben da wirklich alles getan, um da dieses natürliche Radfahrgefühl zu steigern. Ja. Und gerade auch beim Tretwiderstand irgendwie, da seid ihr ja auch mit der Einheit irgendwie doch nochmal deutlich, zumindest wenn man halt ältere Aggregate von euch vergleicht, deutlich drunter. Die CX ist da aktuell auch schon sehr gut, aber hier haben wir nochmal durch die Optimierung nochmal einiges rausholen können. Ja. Okay. Gut. Der leistet ein bisschen weniger im Vergleich zur CX, aber begibt sich damit vielleicht auch mit weniger Strom zufrieden? Ja, ich werde als Fahrer natürlich animiert, hier auch mehr Eigenleistung zu bringen, weil es mir Spaß macht. Ja. Es ist einfach eine Freude damit zu fahren und das schlägt sich dann sofort auf die Reichweite nieder. Und ich habe möglicherweise ein leichteres Fahrradgewicht, das schlägt sich auch nieder. Es sollten Räder möglich sein, die 16, 17 Kilo wiegen hier mit. Was unter anderem aber auch an dem guten Kerl hier liegt. Genau. Der ist jetzt nicht so leicht in echt, hier sind keine Zellen drin. Ja. Aber ich kann schon mal sagen, unser Compact Tube 400, was hier für die perfekte Kombi ist, wiegt auch nur 2 Kilo. Das heißt, wir haben ein gesamtes Systemgewicht von Bosch von 4 Kilo. Ja. Und das ist weniger als unser größter Akku, der 750er. Der wiegt mehr als das gesamte System. Ja. Und das ist natürlich dann schon, also 4 Kilo mal zu einem schönen Carbonrad dazurechnen, dann weiß man, wohin die Reise geht in der Zukunft mit leichten Rädern. Kommt noch ein paar Gramm von Kabel. Sagen wir mal, round about 4 Kilo. Das wiegt ja nicht viel unter der Kabel. Aber dann lass uns ruhig kurz über den Compact Tube auch noch ein paar Worte verlieren. Ja. Das ist kleiner, leichter als das, was es bisher von euch für Rahmenakkus, also Intube Akkus gab. Ja, wir haben hier auch einen anderen Befestigungsmechanismus. Also der ist jetzt nicht kompatibel mit der Befestigung von unseren Powertubes. Das ist eine andere Befestigung. Deswegen kann man hier auch nicht zwischen den Akkus hin und her tauschen. Aber wichtig, ihr habt es ja gesehen hier an den Buchsen, es ist alles im smarten System zu Hause. Ja. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass ein Hersteller diese Kombination jetzt verwendet. Er könnte auch, was weiß ich, einen Gepäckträgerakku zum Beispiel oder ein normales Powertube mit 750 Wattstunden. Ob das dann Sinn macht, den leichten Motor mit dem schweren Akku, sagen wir nicht, aber es geht. Man kann alles kombinieren, was wir haben. Ja. Ja, ja. Bei dem Compact Tube, der hat nicht nur einen neuen Namen bekommen, weil er vielleicht irgendwie bei der Aufnahme ein bisschen anders ist, sondern vor allen Dingen, weil drinnen auch was anderes steckt. Ah, du sprichst auf die 21700? Genau. Eure Zeit. 20 Wattstunden. Ja. Ja, das ist für einen Techniker interessant. Ah. Aber ich sage es mal ganz ehrlich, es gibt diese Zellen, die in unseren Akkus sind, die setzen wir immer so ein, wie sie für die Anwendung Sinn machen. Ja. Also die Zellen, die wir in den anderen Akkus verwenden, die sind jetzt nicht die schlechteren oder die älteren Zellen. Man muss immer das Gesamtpaket sehen, die Einbausituation, die Länge, die Breite und ich glaube, das ist für den Kunden gar nicht so wichtig. Es ist egal, welchen Akku er kauft, er kriegt immer für seine Anwendung eigentlich das optimale Produkt, was auch Langlebigkeit, Sicherheit und diese Dinge anbelangt. Ja, sicher, hier ist jetzt die 21700 drin, aber gut, niemand geht in den Fahrradladen und zeigt, ich möchte unbedingt ein E-Bike haben, dessen Akku 21700er Zellen. Am Ende kriegt er mit jedem unseren Akku eine optimale Lösung für diese Anwendung. Hier war halt Platz und Gewicht wichtig und darum ist hier diese Zelle drin. Okay, und für uns ist es natürlich nochmal wichtig, weil es einfach neu ist. Genau, es ist neu. So, neu sind auch Displays und zwar hat er sogar zwei neue für die kommende Saison. Fangen wir doch mal mit dem Namen an, der so ein bisschen ein Comeback feiert. Genau, viele können sich noch an das Purion erinnern und da gibt es jetzt den Nachfolger, was eben genau die Bedienung und ein Display in einer Einheit beinhaltet. Somit könnte ich ein Rad so ausstatten, dass nur dieses kleine Display links am Lenker sich befindet. Okay. Ich kann das Rad an und ausschalten, ich kann die Unterstützung wechseln und ich sehe hier auf einem Farbdisplay 1,6 Zoll, sehe ich alle Informationen. Ich kann auch Fitnesswerte anzeigen lassen, Tageskilometer, alles möglich. Also wir haben hier auch verschiedene Bildschirme durch die ich blättern kann. Hat natürlich auch eine USB-Buchse, die ist aber nur für die Diagnose. Ich kann hier kein Smartphone laden, da gibt es eine andere Lösung für. Und natürlich ist hier auch ein Bluetooth-Chip enthalten, sodass ich mich mit der Flow-App connecten kann und dann alle weiteren Funktionen natürlich auch nutzen kann. Das ist eine super schöne Lösung. Ein Display, eine Bedieneinheit, links am Lenker, fertig und ich habe alles, was ich wissen will und kann es auch schön bedienen. Ja, wer mehr wissen möchte, der hatte bisher so Kiox 300 war eine Option. Oder das Intuvi 100 irgendwie dann als Kabelus. Richtig. Oder eben jetzt Kiox 500. Richtig. Das Kiox 500, um es gleich mal vorweg zu nehmen, verwendet die gleiche Halterung wie das Kiox 300 und auch der Smartphone. Der Display Mount, den wir schon kennen. Genau. Und somit lässt es sich hier ganz einfach einstecken und ist auch dann kompatibel zu allen anderen Lösungen. Das heißt, ich könnte auch hier den Smartphone-Grip draufstecken, wenn ich mein Smartphone kabellos laden möchte. Das haben wir schon letztes Jahr vorgestellt. Ja, ja. Und wir haben hier einfach ein größeres Farbdisplay von 2,6 Zoll. Es gibt noch eine Neuigkeit, aber wenn man es ganz kurz beschreiben wollte, es hat denselben Funktionsumfang wie das bisherige Kiox 300. Das ist einfach nur größer und besser ablesbar. Ist für Menschen, die jetzt vielleicht schon eine Lesebrille brauchen wie ich, vielleicht ein Vorteil. Ich sehe es einfach schöner. Ja. Und eine Neuigkeit haben wir hier drin, die es zum Kiox 300 nochmal abgrenzt. Wir haben hier einen Buzzer. Das heißt, dieses Gerät kann Töne ausspucken. Aha. Speziell, wenn ich eine Navigation am Laufen habe zum Beispiel, dann kommen irgendwelche Erinnerungen, dass ich jetzt abbiegen muss und solche Dinge. Also können verschiedene Hinweistöne kommuniziert werden. Das ist der Unterschied zum Kiox 200 und die Größe. Die dargestellten Seiten, das ist alles bei beiden Displays identisch. Ja, weil die Frage ganz oft dann ganz schnell auch kommt, okay, das Ding hat ein Buzzer, lässt er sich trotzdem auch deaktivieren? Selbstverständlich. Ich kann auch hier in die Einstellungen gehen und ganz viele Dinge verändern. Ja. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann ich auch in der Flow App mir eigene Kacheln sozusagen bauen. Wenn ich sage, ich will immer nur die eine Info sehen, ich möchte am liebsten nur die Reichweite sehen. Und dann kann ich mir das in der Flow App auch nochmal konfigurieren, was ich hier sehe. Okay. Das ist dann auch nochmal ein nettes Feature. Und das gilt dann allerdings auch für das Kiox 300. Das wird abwärtskompatibel mit der Software auch funktionieren. Okay. Und nur, um es nochmal festzuhalten. Ich könnte zum Beispiel tatsächlich fahren mit einem Fahrrad. Also wenn mir ein Fahrradhersteller das vielleicht so hinstellt. Mit dem Purion 200. So mit dem Hauptaugenmerk auf der Bedienung. An- und ausschalten und so weiter. Und mit dem schönen großen Kiox 500 für meine wirkliche Anzeige. Genau. Für die Dinge, die ich wirklich sehen will. Zum Beispiel Navigation irgendwie. Damit ich meine Karte halt wirklich schön groß vor mir habe. Ja, eine Karte stellen wir nicht da. Aber wir stellen einen Track da. Ja. Mit kleinen Verzweigungen, wenn die Navigation läuft. Ich kann natürlich, wenn ich sage, das ist mir zu wenig, kann ich wie im Smart System üblich Plug and Play alles verwenden, was wir im Angebot haben. Das könnte auch das Intuvia 100 sein mit Bluetooth. Es kann das Kiox 300. Es kann das Kiox 500 oder der Smartphone Grip sein. Ja. Was ich denn möchte. Nur wichtig. Mit diesen Pfeiltasten verändere ich hier die Anzeige. Also wenn ich hier drauf drücke, kommen hier verschiedene Informationen. Wie zum Beispiel Tageskilometer etc. Ja. Sobald ich jetzt hier das Display aufstecke, dann bediene ich mit den Tasten nur noch das Display. Ah. Und bleibe hier auf einem bestimmten Bildschirm fest. Und das ist der Bildschirm, den ich zuletzt aufgerufen hatte, bevor ich es drauf gesteckt habe. Also was mache ich dann? Woher? Ich glaube, ich schalte einfach auf die Geschwindigkeitsanzeige. Okay. Dann stecke ich es drauf. Dann sehe ich während der Fahrt hier immer die Geschwindigkeit und schalte hiermit um, was ich hier zum Beispiel über die Navigation sehen möchte oder über die Tageskilometer, über die Reichweite. Ja. Ganz wichtig. Und sobald ich das wieder entferne, dann kann ich mit diesen Pfeiltasten wieder diese Bildschirm. Ist das wieder frei? Muss man nur einmal kapiert haben, dann sollte es klappen. Alles klar. Gut, dann lass uns der Einfachheit halber erstmal bei den Sachen bleiben, die hier auf dem Tisch liegen und die neu sind. Ja. Da haben wir noch nicht über das Ladegerät gesprochen. Ja. Das ist unser 2 Ampere Charger. Im Prinzip ein kompaktes kleines Ladegerät, was sich super verstauen lässt, wenn ich auf Reise bin. Klar, 2 Ampere ist weniger als 4 Ampere. Der Ladevorgang dauert je nach Akku ein wenig länger, aber es geht immer problemlos ein Rad über Nacht komplett wieder voll zu laden. Und wenn ich zum Beispiel auf Reise bin und dann im Hotel übernachte, ist das überhaupt kein Problem mit 2 Ampere. Der Vorteil ist, es ist wirklich super leicht und passt auch wirklich in den kleinsten Rucksack noch rein, um es einfach mitzunehmen. Super leicht heißt so 500 Gramm oder irgendetwas, was das gerade so wiegen wird. Vielleicht. Das Gewicht habe ich jetzt nicht im Kopf. Wie mein Daumen. Ja. Okay, gut. Das ist tatsächlich irgendwie nur so ein kleiner Einblick. Eigentlich kann man zu allem, was hier liegt, irgendwie fast noch sagen und da nochmal mal 3 oder mal 5, was ihr so an neuen Sachen vorgestellt habt. Vielleicht gehen wir es nur ganz kurz grob durch. Bei den Motoren ganz klar irgendwie mit Active Line und Active Line Plus gibt es zwei Sachen, die auch bestens bekannt sind. Richtig. Aus euren älteren Generationen, die ihr jetzt ins Smart System übertragen habt. Genau. Da gilt alles vorhergesagte. Die haben jetzt einfach hier den anderen Anschluss und auch eine andere Platine, sodass sie jetzt für das smarte System funktionieren. Die Mechanik, auch die Rücktrittfunktion, die diese Antriebe schon immer hatten. Das bleibt alles unverändert. Okay. Wenn ich mich an die Bilder richtig erinnere, sie sehen jetzt auch ganz schwarz aus, glaube ich, das Gehäuse. Also nicht mehr die ist schwarz-silber wie bislang, so schwarz mit grau. Ja, ich finde es so ein bisschen eher anderer Zift, aber kommt jetzt auch an. Aber sie sind einfarbig. Einigen wurden so einfarbig. Ja, es kommt ja meistens noch ein Design-Cover drüber. Und dann sieht man manchmal nur noch hier den Sticker und die Tretlagerwelle. Das sind ja bewährte Antriebe, die sehr, sehr leise sind und auch eine sehr große Reichsparte ermöglichen. Und auch gerade in Gebieten in Norddeutschland oder in Holland sehr, sehr viele Freunde haben, wo man einfach auch gemütlicher fährt und auch teilweise keine Berge hat, wo man das hohe Drehmoment braucht von einem CX. Kannst du uns einen kleinen Einblick dann geben in die Entscheidungsfindung vielleicht, warum ihr die Active Lines jetzt mit ins Smart System genommen habt? Weil vielleicht gibt es auch die einen oder anderen, die gedacht haben, naja, das werden die nie machen. Naja, es gibt tatsächlich viele Kunden, die nicht mit dem E-Mountainbike steilste Berge erklimmen wollen, die wirklich Genussrad fahren wollen, die in der Stadt unterwegs sind. Die einfach einen sehr leisen Motor brauchen und die auch gerne große Reichweite haben und die nicht jetzt die 85 Newtonmeter brauchen, die mit 50 Newtonmeter zum Beispiel bei der Active Line Plus völlig gut klarkommen. Und das ist ja auch schon eine ganze Menge, wenn ich da im Turbomodus unterwegs bin. Und man darf es auch nicht verschweigen, diese Antriebe sind auch etwas günstiger, die haben kein Magnesiumgehäuse, sondern ein Alu-Druckungsgehäuse. Und klar, das schlägt sich auch im Fahrradpreis nieder. Damit ermöglichen wir auch günstigere Einsteigerbikes und nicht jeder möchte 6.000, 7.000 Euro ausgeben. Ne, na klar. Also da bin ich ganz klar, ganz bei dir. Okay, dann Akkus. Da gab es echt eine ganze Menge. Was ist mir noch gerechtes geblieben? Es gibt auf jeden Fall einen neuen Rahmenakku. Es ist gar nicht so verwirrend, wie es erscheint. Wir haben einfach jetzt unsere Palette komplettiert, wie wir sie vor dem smarten System schon hatten beim E-Bag System 2. Sprich, wir haben jetzt auch einen Rack-Type-Akku, also für den Gepäckträger in 400 und 500 Wh. Okay. Auch da gilt genau das, was über die Active Line und Active Line Plus. In Holland zum Beispiel fahren sehr, sehr viele Räder mit tiefen Durchstieg und Gepäckträger-Akku rum, weil die Menschen das einfach gut finden. Die haben gerne ganz viel Platz vorne für die Füße und deswegen hat der auch gefehlt. Und der Rahmenakku, den du gerade angesprochen hast, ja, da gibt es auch noch einen sehr, sehr kleinen, kompakten mit 400. Ja, das spielt dann vielleicht, ich weiß nicht, ob da eine Eckpreislage wichtig ist oder ob es vielleicht auch das Gewicht ist, weil der ist, auch nicht so viel schwerer als unser Compact Tube. Den könnte man auch gut mit der SX zum Beispiel kombinieren. Dass man den Akku nicht im Rohr haben möchte, sondern lieber auf dem Rohr zur leichteren Entnahme. Weil es ein schöneres Handling, kann ich besser ran. Wäre auch eine gute Kombi. Aber ihr seid da ja immer in einer ganz guten Position. Ihr sagt, okay, guckt mal Fahrradhersteller. Das alles haben wir. Zack, zack, zack. Und jetzt baut er raus mal was Hübsches zusammen. Ja, also es ist ein Wunder für einen Baukasten. Also ich kann in jede Richtung mein Rad jetzt bauen. Aber am meisten bin ich natürlich gespannt, was jetzt auf der Eurobike da an Rädern steht mit dem SX. Was wir da an Kilo sehen werden. Ja, ich habe sie selber noch nicht gesehen. Also bin genauso gespannt wie ihr, was die Hersteller daraus gemacht haben. Zumal sich das ja wirklich halt so vielseitig darstellen wird, wie jetzt hier auch schon bei der Gelegenheit. Also ihr bietet hier auch Testfahrten an mit dem neuen System. Und da steht halt das E-Mountainbike neben dem Gravelrad. Ich habe auch City E-Bikes gesehen. Also da ist ja wirklich quasi alles möglich. Ich weiß auch wirklich, weil ich es vorhin so angesprochen habe, es wird auch ein Kompaktradhersteller mit dieser Drive Unit da sein. Weil auch jemand, der das Rad hinten aufs Wohnmobil heben möchte oder muss, freut sich über niedriges Gewicht und auch über eine große Reichweite. Also lassen wir uns überraschen. Ich freue mich total auf die Räder. Einen Satz vielleicht noch zu den Akkus, weil es gab jetzt in der Summe etliche neue. Aber ganz wichtig auch die Info, dass ihr die Dual Battery Option jetzt auch noch ins Smart System irgendwie mit reinbringt als Idee. Aber das wird schrittweise passieren. Reden wir im Prinzip mal über unsere Software. Da gibt es ja auch einige Neuigkeiten. Wir haben schon über den neuen Sprint Mode gesprochen, diese neue Unterstützungsstufe, die wir anbieten. Wir bieten jetzt, worauf schon ganz viele warten, endlich die Option Dual Batterie an. Und das heißt, ich kann immer zwei Batterien als Fahrradhersteller am Rad kombinieren. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche Batterien das sind letztendlich. Es kann so sein. Es kann aber auch ein Power Tube mit einem Rahmen Akku sein oder mit einem Gepäckträger Akku. Also ich kann, wenn ich zwei Batterien verkabelt habe, werde ich die dann auch wie eine große Batterie zusammen nutzen können mit einer größeren Reichweite. Und ist auch für die Lebensdauer gut, wenn die immer beide abwechselnd benutzt werden. Aber es ist noch nicht alles ab sofort möglich. Ne, das geht über Software Updates. Da werden wir, das werden wir Stück für Stück rausbringen, sodass im Januar müssten wir eigentlich, also im 24 müssten wir mit allen Rädern soweit sein, dass die Dual Watt tauglich sind. Also alle Akkutypen. Aber ich sage mal so, wenn der Kunde jetzt ein Rad kauft im Geschäft mit Dual Batterien, dann ist das auf jeden Fall, das funktioniert das. Weil der Hersteller das ja nicht so spezifiziert. Wobei er natürlich auch irgendwie halt sagen kann, okay, an sich, ich kaufe jetzt das Fahrrad so, wie der ist, mit dem Akku, der drin ist. Und ich kann einfach darauf warten, weil die Option wird auf jeden Fall kommen. Ich brauche einfach nur ein bisschen Geduld. Genau. Das ist eine Nachrüstsituation, da wäre es ganz wichtig. Da kann ich auch mir nochmal ein Wort zu sagen. Da braucht man die Freigabe des Herstellers für. Klar, man könnte theoretisch einfach einen Akku an den Rahmen schrauben und das verkabeln. Es würde funktionieren technisch. Aber der Fahrradhersteller muss den Rahmen dafür ausgelegt haben für das höhere Gewicht. Das werden die meisten zwar machen, aber trotz allem muss man einfach sagen, bitte daran denken, kurz den Hersteller wagen. Nicht, dass es später ein Rahmenproblem gibt und dann sagt der Fahrradhersteller, das habe ich so nicht freigegeben. Und hier gehen wir ja an die Flaschenhalterschrauben. Und Metall, was ja in einem Akku ist, wiegt mehr als Wasser. Und wir haben hier 1,6 Kilo gegenüber einer Wasserflasche mit 750, 800. Und es ist klar, dass diese beiden Gewindehülsen dann einer höheren Belastung ausgesetzt sind mit dem Akku. Und auch das berücksichtigen die Fahrradhersteller. Das heißt, sie machen hier verstärkte Gewindehülsen von Anfang an rein und geben den Rahmen dann hier für frei. Und das wäre jetzt ganz wichtig, bevor ihr euch das nachträglich ans Rad schrauben möchtet, was ein tolles Produkt, klärt es unbedingt mit dem Fahrradhersteller, ob dieses Rad dafür freigegeben ist. Ich gehe davon aus, dass die meisten das machen, aber ich kann es nicht jetzt pauschal sagen. Ja. Kurz noch der Hinweis, dass wir auch jetzt mit E-Shift soweit sind mit der Software. Genau. Das heißt, alle elektronischen Schaltungen, sowohl, ich nenne jetzt einfach mal die Rohloff oder Shimano DR2 oder Enviolo oder auch die neue 3x3. Ja, genau. Die können angesteuert werden von unserem System mit entsprechenden Funktionen, die unterschiedlich sein können. Also, dass ich dann eben in unserem System drin bin und entsprechende Zusatzfunktionen am Display oder auch automatische Schaltungen und so weiter möglich mache. Das geht. Okay. Gerade bei der Kombination euer Antrieb mit einer Enviolo-Nabe, da gab es, glaube ich, auch relativ viel Nachfrage irgendwie, dass er damit jetzt auch ein Smart System sozusagen irgendwie startet. Das war schon ein großer Kundenwunsch, wenn ich das richtig... Aber auch die Rohloff wurde viel nachgefragt im höheren Preissegment, weil da kommt noch mal zugute, wenn ich die in unserem System eingebunden habe, dann nehmen wir beim Schaltvorgang automatisch die Motorkraft für eine Millisekunde raus, damit der Gangwechsel besonders sanft und geräuschlos funktioniert. Also, das ist ein echter Benefit, das nicht mehr von Hand schalten zu müssen, sondern über Elektronik ist es einfach viel leiser und rutscht besser. Ja. Und ich glaube, Klaus Fleischer, Geschäftsführer von Wash E-Bike Systems, hat auch noch Kettenschaltungen für künftig angekündigt. Also... Ja, DI2 profitiert da auch. Ja. Klar. Ja. Aber bis dahin ist noch ein bisschen... Ja. Ja. Für den Moment, finde ich, ist das erstmal echt eine Menge. Das muss man erstmal verdauen und vor allen Dingen müssen sie auch die Fahrradhersteller verdauen und sich jetzt irgendwie gut in den Kopf machen, was sie daraus zusammenbasteln. Euer Baukasten ist wahnsinnig groß. Wir werden es schon am Mittwoch sehen, glaube ich. Ich freue mich auch. Und wie gesagt, finde ich genial. Dann... Also, eigentlich können wir euch da nur raten, haltet auch ihr die Augen auf, guckt, was die Fahrradhersteller daraus machen. Es wird spannend, das kann ich schon versprechen. Ja. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Und hier mal... Wir müssen danken. Okay, klasse. War wieder nett mit dir. Und Mensch, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ja. Wird gut. Also... Ich denke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.